So, Tag auch, Glück auch und herzlich Willkommen hier zur neuen Schalker Update Show. Heute geht es um Ahmed Kutucu. Ahmed Kutucu wird uns verlassen. Er wechselt jetzt zu Istanbul Başak Shehir. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall, darüber werden wir heute sprechen. Außerdem über unser 0-0 im Testspiel gegen Zenit in St. Petersburg. Und über das, was euch natürlich auf dem Herzen liegt. Also, wie gesagt, wenn es um den FC Schalke 04 geht, da seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wir sprechen über alles. Ja, genau. Und da wollen wir mal gucken. Ali, moin. Tag, schön, dass du mit dabei bist. Colin, Glück auf. Moin. Moin, Kessi, wann kommt nachher FIFA eventuell? Gute Frage, Leo. Um 22 Uhr. 22 Uhr, Leo. Da werden wir FIFA zocken. Nicht um 23.30 Uhr. Genau. Ja, ich weiß, warum du fragst. Da gab es einfach noch einen kleinen Fehler im Streamingplan. Aber 22 Uhr heute FIFA. Richtig. Glück auf Pierre. Moin. Kim Ole. Moin. Glück auf Ede. Tag. Glück auf. Sehr schön. Freut mich, dass ihr hier seid. Ich schlage vor, ihr macht euch schon mal einen Tee. Und dann reden wir gleich ganz entspannt über Schalke 04. Wobei, vielleicht auch ein bisschen hitziger. Ich meine, Amit Kutucu ist auf jeden Fall ein streitbares Thema, das man hier jetzt abgegeben hat. Finde ich zumindest. Also, da gibt es ja auch solche und solche. Aber, ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den News und dann wisst ihr auch, worum es geht. Jo, also, Amit Kutucu wechselt jetzt zu Bajak Shehir Istanbul. Das ist der Klub vom, ja, vom Präsidenten, von Tayyip Recep Erdogan. Ja, da wechselt er jetzt auf jeden Fall hin für eine Ablösesumme von 600.000. Und, ja, einige Fans sehen das auf jeden Fall kritisch. Deswegen, weil Kutucu natürlich ein Eigengewächs ist. Und einige sind auch wirklich der Meinung, dass er nie so richtig die Schocks auf Schalke bekommen hat. Da bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Ähm, genau. Er wechselt jetzt, definitiv. Zuletzt war er ja ausgeliehen zu Herakles Almelo. Äh, da hat er sich auch nicht wirklich, äh, durchsetzen können. Und, äh, jetzt wieder zurückgekommen. Und jetzt der Neustart also in der Türkei. Genau. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Außerdem, ähm, haben wir folgendes Thema heute. Und zwar, äh, der erste Gegner im DFB-Pokal steht fest. Wir spielen gegen den FC Villingen. Jo, FC, ich glaube, FC 08 Villingen. So heißen die eigentlich richtig. Ähm, haben wir schon mal gegen gespielt. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das ist jetzt kein neuer Gegner für uns. Ähm, aber, ich meine gut, die Teams sehen natürlich wieder komplett anders aus. Alleine bei Schalke, äh, ja, dürfte wahrscheinlich auch schon keiner mehr davon mit dabei gewesen sein. Vielleicht noch Matija Nassaric. Aber, ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Wir haben diese Saisonstart 18 abgegangen. Kurt Tucci ist jetzt unser 18. Also, ja, schon komplett andere Mannschaft auf jeden Fall. Jo. So, ich gehe sofort auf eure Kommentare ein. Und vorher habe ich noch eins für euch. Und zwar nochmal. Ja, das hat ja gut geklappt. Dann sage ich so. Es geht nochmal ums Testspiel. Und zwar haben wir gestern 0 zu 0 gespielt gegen Zenit St. Petersburg. Ja. Also, erster Härtetest für uns, finde ich, ähm, der gut gelaufen ist, äh, kann man wirklich nicht anders sagen. Okay, wenn man, wenn man sich das Spiel anschaut, ich denke, dass, äh, Zenit St. Petersburg die ein oder andere Chance auch mal hätte nutzen können. Und, äh, die einige, äh, hundertprozentige hatten die wirklich, die sie halt nicht reingemacht haben. Aber, gut, manchmal ist das Glück auch einfach auf unserer Seite. Und wir haben auch gut mit nach vorne gespielt. Muss man ganz klar sagen. Also, äh, man hat nicht unbedingt gemerkt, dass, äh, die russischer Meister sind und wir zweitlich ist. Das war schon, das war schon ganz gut. Sagt ja auch das Ergebnis. 0 zu 0. Ja. Ab der 62. Minute übrigens haben wir die komplette Mannschaft ausgetauscht. In der ersten Hälfte hatte ich so den Eindruck, okay, das könnte auch mal unsere Stammelf werden. Mit Ausnahme von Mikhailov. Bei dem weiß ich immer noch nicht genau, was da jetzt so der Auftrag ist, äh, warum, warum der gespielt hat. Aber, ähm, nicht aus sportlichen Gründen, sondern, ja, eigentlich ist es doch ein Test für unsere Spieler. Aber, ähm, er ist ja Gastspieler, aber naja, gut. Ähm, ja. Na ja, so hat es jedenfalls ausgesehen. Nach der, in der 62. Minute sind dann, ähm, sehr viele Junge dann wirklich eingewechselt worden. Neun Spieler sind ausgetauscht worden. Und, äh, sah schon ganz cool aus. Ja, genau. Knappenschmiede on Tour. Jo. Okay. So, lass mal sprechen. Okay. So, wen haben wir denn hier? Und auch Glück auf Reini Kesti. Reini Kesti. Oha, Leo, bitte nicht. Bitte hör auf damit. Bei Reini Granfte bin ich ja mit dabei, aber wenn es mich selber betrifft, bitte nicht. Glück auf zusammen. Michael, moin. Kommt noch ein Stürmer. Was denkst du? Ein Stürmer? Nee, ich glaube eher nicht. Wenn noch ein Stürmer kommen sollte, dann eher einen, den du auch auf die 10 stellen kannst. Wie gesagt, da rechne ich eher mit einem Spielmacher. Ja. Gut, Hucu 650.000 Ablöse fände ich echt wenig. Oder gibt es noch andere Zahlen? Ich habe jetzt nur die Zahl gesehen. 600.000 habe ich gesehen. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hat jemand von euch noch einen anderen Bericht gesehen. 600.000 ist schon arg wenig für den Ahmet Kutucu. Also für das, was wir uns von ihm erhofft haben, ist das wirklich verramschen. Das kann ich nicht anders sagen. Ja. Hey, Kesti, guten Abend. Glück auf. Moin. Uwe, Tag. Der Rupert Schalker. Glück auf zusammen. Mahlzeit. Nee, nur die Ausbildungsentschädigung. Okay. Total schade. Und jetzt auch noch verramscht. Ja, ist wirklich so. Ist ein Preis. Hätte mir das einer vor einiger Zeit gesagt, dass wir Kutucu mal abgeben würden für 600.000, hätte ich mir gesagt, Alter, was ist los mit dir? 600.000. Das ist in... Gut, das ist auch der Wert von einem Einfamilienhaus, von einem Neuen, aber in Fußballerkreisen ist das ja nix, ne? 600.000. Da hätten wir für 600.000, da hätten wir ein Zehntel von Kevin Kourani gekriegt. Ja. Und das war vor... Wann ist der gekommen? Vor 15 Jahren? 13? Das war klar, dass der geht. Wusste ich schon, wo wir die neuen Stürmer geholt haben. Da war es irgendwie klar, ne? Wir hatten jetzt sieben Stürmer im Kader. Ja. Aber das war klar, dass einer gehen würde. Und dass es dann Kutucu wird, hat sich dann relativ schnell auch rausgekristallisiert, finde ich auch. Gut, dass Kutucu weg ist für ihn als auch S04. Ich hole euch mal rüber hier. Finde, er hatte genug Chancen, da er sich nur über die Spiele, sondern vor allem über Trainings hat anbieten können. Hat halt nicht gereicht. Viel Glück, Ahmed. Okay, okay. Wie gesagt, kann man drüber streiten, ne? Kann man wirklich drüber streiten. Ich denke, in den Spielen, wo er gespielt hat, zumindest in der vorletzten Saison, da war er stark. Das kann ich ihm so bescheinigen. Da hat er eine wirklich gute Torkote gehabt, zumindest anhand seiner Spielminuten. Er ist ja wirklich immer nur kurz vor Ende reingekommen und hat dann wirklich Wind gemacht, ja? Er war immer so für die letzten Minuten zuständig und hat dann losgepowert und die Mannschaft nochmal angeschoben. Aber, ja, so. Das habe ich auch schon lange nicht mehr halt von ihm gesehen, ne? Weil er auch lange nicht mehr eingesetzt worden ist. Auch ganz klar. Schon schade, dass Kutucu jetzt weg ist, aber aus sportlicher Sicht sinnvoll. Es wäre cool, wenn wir eine Rückkaufoption für die nächsten zwei Jahre hätten. Vielleicht findet er in der Türkei zu sich. Das wäre ihm zu wünschen. Das ist wirklich ihm zu wünschen. Ich finde er hat auch keinen so, ja, wie soll ich das sagen, keinen guten Auftritt in den letzten Wochen noch gehabt. Da kam irgendwie wenig Energie rüber, wenn ich mir Ahmet Kutucu so angeguckt habe. Da war wenig Power dann. Wie du schon schreibst, vielleicht findet er in der Türkei zu sich. Das wäre echt ihm zu wünschen. Aber ich wundere mich tatsächlich auch, dass Istanbul Basak Sheehi ihn geholt hat. Weil es ist ja eigentlich auch ein gutes Team in der Türkei, ne? Hätte ich jetzt, also... Ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass Kutucu da spielt. Versteht ihr, wie ich das meine? Zumindest zu Anfang nicht. Moin, Hagerach. Tag, Marcel, Glück auf. Moin. Ich kann das einfach nicht verstehen. Er kommt aus Gelsenkirchen und lässt ihn einfach ziehen. Kann ich ihn nicht nachvollziehen. Ja, ja, aus Gelsenkirchen kommen darf ja nicht das einzige Argument sein, ne? Aber, ähm... Es ist schade. Es ist wirklich einfach schade. Ich finde, er hat genug Talent gehabt. Und es ist einfach scheiße gelaufen. Sagen wir es mal so. Ja. Die Trainer haben ihm nicht wirklich vertraut. Ja, das ist letztendlich auch Ahmed Kutucus Verantwortung, die Trainer zu überzeugen. Das weiß er selber auch. Und wenn er nicht gereicht hat, dann ist es einfach schade. Ja. Glück auf. Ich hatte in den letzten Tagen mal ein paar Kisten von meinem Vater durchsucht. Hatte dir ja das Bild von einem Buch geschickt. War so einiges Interessantes dabei. Zum Beispiel auch seine Fankutte. Oder er zieht sie an, oder was, Gavin? Ja, auch nicht schlecht. Kutucu hätte es nicht gepackt. Ich glaube, für allen Beteiligten das Beste. Schade. Kutucu hätte es nicht gepackt. Ich glaube, mit genügend Zeit würde er es auch irgendwann auf Schalke schaffen. Ja. Aber jetzt die Frage, wie viel Zeit man ihm dann noch geben will. Und vor allen Dingen, wie, ähm... Ja, wie verbraucht er letztendlich auch schon im Kopf ist durch die ganze Situation, ne? Ich meine, letztendlich ist das auch nicht einfach für einen Profifußballer, ähm... Einfach, dass man permanent auf der Bank sitzt. Ja, das nagt natürlich auch am Selbstvertrauen. Muss man ja auch so sehen. Ja, und wenn er dann einfach mal einen Neustart braucht, so, dann ist es vielleicht doch das Richtige. Mehr ist der Kutucu aber auch nicht wert. Boah. Ich, wie gesagt, ich habe schon großes Talent in Kutucu gesehen. Muss ich sagen. Mehr ist er nicht wert. Also ich glaube, einen Kutucu von vor zwei Jahren, den hätten wir locker für drei, vier, wenn nicht fünf, sechs Millionen verkaufen können. Locker. Und wie gesagt, da war er ja noch nicht fertig ausgebildet. Da wäre noch einiges gekommen. Ist aber leider nicht. Wir brauchen noch einen für die Kreativposition. Wir geben Kutucu ab, weil wir zu viel auf der Position haben, nachdem Bülter und Piringer gekommen sind. Waren wir klar, dass Kutucu oder Matondo gehen. Ja. Genau. Genau. Es waren einfach zu viele. Ja, es waren zu viele Stürmer. Richtig. Die Frage ist, ist so ein Piringer jetzt nachher besser, ne? Die Frage darf man ja durchaus mal stellen. Also so ein Piringer, der hat halt in der letzten Saison sechs Tore geschossen, so, ne? Das ist jetzt auch nicht das meiste. Auch Marius Bülter. Ich meine, schneller Mann. Top Typ. Ja, alles schön und gut. Aber auch in der letzten Saison nicht wirklich das Tor getroffen, so. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sie sich an der nächsten Saison entwickeln. Schalömpchen Kessi. Schade mit Kutucu. Die Rechnung ist doch eher zwei Jahre, in denen wir 1,5 Millionen an Gehalt sparen. Plus 650K. Mit der Rechnung ist es dann über 3,5 Millionen. Ah, so siehst du das. Okay. Okay. Kriegt der 1,5 Millionen an Gehalt? Woher hast du die Zahl her, Marcel? Also die Zahl, die kann ich erstmal so nicht bestätigen, weil ich es einfach nicht weiß. Kann aber durchaus richtig sein. Und 1,5 Millionen an Gehalt für den Kutucu würde ich im Moment jetzt auch erstmal für viel halten. Dafür, dass wir 2. Liga spielen, sind 1,5 Millionen echt viel. Ich glaube, ein Terodde kriegt weniger als eine Million bei uns. Moin, Moin, Kessi. Schön, dich zu sehen. Dennoch muss ich mich jetzt hinlegen bis die Tage. Hau rein. Bis dahin, Schackerjung. Moin. 7 Stürmer aber trotzdem 0-0 gegen Petersburg. Gramotz ist raus. Die dritte Liga ruft. Wat? Jan, was ist los? Tief durchatmen. Tief, locker, erstmal durch die Hose atmen. Und dann schreibst du nochmal einen Kommentar, Jan. Und Patak Sheehi ist auch nicht knapp bei Kassel. Habe ich wirklich was nicht mitbekommen? Ich checke es nicht so richtig. Warum gerade der Verein? Ach, Kessi kann es ansprechen. Die Trikots, die ich dir gesagt habe. Die neu kommen. Der Ruhrpott Schalke war letztens im Schalke Fanshop und hat einen Katalog gesehen. Einmal mit einem pink, ich glaube es war pink, ein pinkes Torwarttrikot und ein weißes Auswärtstrikot mit, ich glaube hellblauen Streifen. Kannst du ja selber nochmal schreiben. Auf jeden Fall hat er die schon gesehen. Ja, genau. Libuda, Glück auf, moin. Also pinkes Torwarttrikot ist natürlich schon hart, ne? Naja. Erinnert mich so ein bisschen an Tim Wiese. Also den habe ich damals ausgelacht dafür, für das Trikot. Ich meine gut, mittlerweile bin ich ein bisschen älter geworden. Insofern, naja. Ist auch noch eine Farbe. Aber, ja. Basak Sheehi wäre dieses Jahr fast runtergegangen in die 2. Liga. Okay, da habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, die wären ziemlich weit oben mit dabei gewesen. Aber dennoch, 600.000? Ja. Ja, okay. Okay. Ich weiß nicht. Vielleicht stecken ja auch andere Dinge hinter. Ja. Ich glaube, Ich glaube, dass die Deutsch-Türken da auch ganz gerne gesehen sind in dem Klub. Oder generell auch in der türkischen Liga. Ich glaube, ja. Dass sie da eine hohe Wertschätzung auch gegenüber der deutschen Ausbildung der Spieler haben in der Türkei. Der wird da auch noch auf der Bank sitzen. Wir werden sehen, Ede. Wir werden sehen. Ah, wo sind wir denn hier? Hoffe, dass aber auch dann der Hoppe bleibt. Okay, okay. Nach 3 Jahren ist man kein Talent mehr. Das ist einfach nicht geschafft. Nach 3 Jahren ist man kein Talent mehr. Was ist los? Der ist immer noch jung. Der ist wirklich immer noch jung. Kessi, weißt du, wie der Stand bei Kabak ist? Also ich habe nichts Neues gehört. Nein. Leider nicht, Uwe. Nichts Neues gehört. Leider, leider. So langsam muss er runter von der Gehaltsliste. So langsam muss er runter. Beziehungsweise bei Kabak geht es ja nicht mal um sein Gehalt, sondern in erster Linie um die Ablöse. Ja, der bekommt 1,5 Millionen Gehalt. Das ist bestätigt. Okay, Jan. Danke dir. Ja, die Kutte wird angezogen. Die braucht ja nicht zu verstauben. Und die ganzen Trikots und Charts landen jetzt bei mir an der Wand. Ey, cool, Gavin. Cool. Schick mir ruhig mal ein Foto von dir mit der Kutte. Das möchte ich gerne mal sehen. Der Jan macht immer Scherze. Ja, ist so. Ist so. Das war doch nur erotisch, Cassie. Ich weiß. Ich weiß. Was macht Schalke denn, wenn sich Tirode verletzt? Im Alter sollte sowas ja mal vorkommen. Dann Hoppe beim Goldcup oder auch noch verkauft. Bleibt noch Piringer, der Elfmeterschreck. Naja, dann wird es eng. Naja, Hoppe kommt auch irgendwann wieder zurück vom Goldcup, ne? Wir haben noch, ähm, nee, nee. Wir haben Piringer. Wir haben Bülter, der vorne spielen kann. Wir haben Rahman. Wenn wir in einem 3-5-2 spielen, dann werden Rahman und Bülter vorne eingesetzt werden müssen. Weil, wie gesagt, über den Flügel ist da nichts, ne? Oder auf der Spielmacherposition. Das geht natürlich auch. Pink passt doch zur Ralle. Edel. Du weißt, dass hier der Vorsitzende des Ralle-Fährmann-Fan-Clubs sitzt. Ja, stimmt. Und das Rot-Gelbe kommt auch. Ah ja, stimmt. Genau. Und das Rot-Gelbe. Richtig. Genau. Ja. Dann hätte Kutucu uns auch nicht weitergeholfen. Ach so. Okay. Nochmal als Antwort auf Mac. Okay. Ich halte da gar nichts von, jetzt irgendwie zu sagen, Kutucu ist der letzte Fußballer. Den können wir nicht mehr gebrauchen. So zumindest nach dem. Also ich finde, es ist eigentlich unfair, ihm gegenüber sein komplettes Talent abzusprechen. Muss ich wirklich sagen. Also das, was ich gesehen habe in der einen Saison mit David Wagner, wenn der reingekommen ist, da hat der aber komplett der ganzen Mannschaft erstmal einen Ruck verschafft. Der ganzen Mannschaft. Also das war Amit Kutucu. So. Und das kann ja nicht komplett weg sein, ja. Klar hat der im Moment einen Tief. Absolut. Auch bei Herakles Almelo hat es ja nichts gebracht, ne. Aber irgendwie dann zu sagen, boah, der Junge, der kann gar nichts. Sehe ich halt nicht, ne. Wenn Einhörner auf den pinkfarbenen Trikots drauf sind, wird es bedenklich. Na dann wäre es doch mal richtig geil, oder? Stellt euch mal vor, Einhörner auf den Trikots. Hammer. Hammer. Also einen größeren Shitstorm wird man nicht mehr erleben, wegen eines Trikots. Und wahrscheinlich werden auch niemals mehr verkauft werden. So funktionieren Menschen, ne. In der ersten und zweiten Liga hast du nicht ewig Zeit, entweder du schaffst es oder du spielst halt in den Unterliegen oder im Ausland. Ja, wie gesagt, die Luftveränderung wird ihm gut tun, ne. Hoffentlich. Neideschirm. Pink hat es im DFB-Pokal auch schon Glück gebracht. Stimmt. Stimmt. Glück auf Felix. Moin. Kutucu größeres Rätsel als Albert Streit. Kutucu ist ein ganz großes Rätsel, ne. Ist wirklich. Also Fakt ist, ich glaube, da war gesundheitlich auch ein Thema mit dabei, wo er, glaube ich, lange dran zu kämpfen hatte. Aber mittlerweile, gut, keine Ahnung, kann ich aber auch nicht sagen, woran es liegt. Ich hatte mitgehofft, dass Kutucu eine richtige Chance bekommen hätte in der zweiten Liga, da er mir mal alles gegeben hat für seinen Herzensklub. Er wird wiederkommen, da bin ich mir sicher. Er wird wiederkommen im Sinne von, er wird nochmal wieder erfolgreichen Fußballspielen. Das glaube ich auch. Aber nochmal zu Schalke zurückkommen, glaube ich ja nicht. Ich meine, guckt mal, die ganzen Spieler, die jetzt von Schalke weggegangen sind, wer ist wirklich davon nochmal wieder zurückgekommen? Danny Latza, der hatte sich aber bei Schalke noch nicht mal so richtig durchgesetzt. Also eigentlich gar nicht. In seiner ersten Amtszeit auf Schalke. Dann... Ja, Seat Kolasinac, ne. Haben wir gesehen. Es sind halt nicht so viele Spieler, die zurückkommen. Bei Seat Kolasinac war es ja auch ein absoluter Fehler im Nachgang, ne. Im Nachgang. Guten Tag, es war nicht pink. Die Farbe hieß Ultra Beauty. Ach, danke dir, Andreas. Danke dir. Danke dir. Warum so viele Dislikes Männer, was ist da los? Ach, ich habe heute wieder mal eine Nachricht bekommen. Und dann sage ich jetzt auch nur das eine Mal, falls ihr euch nochmal fragen solltet, warum so viele Dislikes kommen. Ich habe heute wieder eine Nachricht bekommen von einem Troll. Du kriegst heute wieder von mir etliche Dislikes. Okay. Alles klar. So was sollte man eigentlich nicht großartig erzählen, denn damit gibt man ihm auch nur Aufmerksamkeit. Jetzt holt er sich gerade wieder zu Hause einen runter. Schickt mir wahrscheinlich nachher nochmal wieder eine Nachricht. Habe ich dir doch gesagt. Bla, bla, bla. Wie auch immer. So. Deswegen so viele Dislikes. Ja. Wenn es außergewöhnlich viele Dislikes sind, sage ich jetzt nur. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich sehe die auch einfach gar nicht. Und im Endeffekt juckt es mich auch nicht. Ja. Diese Fragen zwischendurch, aber, ja, wie gesagt, will ich gar nicht großartig beantworten, weil solche Menschen es einfach nicht verdient haben, dass man auf sie reagiert. Ne? Und deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ich auf solche Fragen zwischendurch nicht reagiere. Ja? Wenn ihr das mal sehen solltet in einem Stream. Warum ich da nicht drauf reagiere, ist einfach aus dem Grund. Ne? Ja, so ist das einfach. Waren wir das dritte Trikot präsentiert und wird es rot und gelb sein? Danke. Es wird rot und gelb sein. Ja. Wird auf jeden Fall so kommen. Ja. Ich habe jetzt schon die Bestätigung auch bekommen. Es hat auch schon, ja, der Robot Schalker hat es auch schon gesehen. Oder der hat, hat, der hat schon einen Katalog davon gesehen. Es wird dieses rot-gelbe werden. Ja. Bin Gärtner. Loch ist schnell gemacht für so einen Abfall. Sehr gut, Kim Olde. Danke dir. Danke dir. Buona sera. Hallo, Francesco. Wie geht es dir? Sehr geil. Übrigens, ähm, Francesco und ich, wir haben am Samstag, ne, gar nicht, am Sonntag einen Live-Talk. Ja. Also, wenn, äh, quasi Doppelpasszeit ist, um 11 Uhr sprechen wir miteinander, äh, hier auf dem Kanal. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, das wird ganz interessant werden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Italiener vielleicht an dem Tag noch ein Spiel haben. Und dann ist ja auch eine feine Sache, dann den Francesco nochmal, äh, zu sehen und ihm nochmal ein paar Fragen zu stellen. Außerdem sprechen wir natürlich über Schalke 04. Ja. Über das, was im Moment los ist. Auch über Amit Kutucu. Äh, Francesco hat auch eine ganz klare Meinung dazu. Die hat er ja schon auf seinem Kanal auch rausgehauen. Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Äh, der Schalker bei YouTube. Ja, einfach mal rein, äh, schauen, äh, direkt mal ein Abo hinterlassen und, äh, ja. Dann geht's ab. Ja, ich glaube. Ja. Ja. Jawohl, Francesco wird Europameister. Ich glaube auch. ich glaube auch, also was ich von den Italienern gesehen habe, dieses Turnier, das ist so diszipliniert, das ist so stark, das ist unglaublich, unglaublich wirklich und wenn die Spanier das jetzt noch machen sollten wenn die jetzt die Italiener raushauen dann würde ich auch sagen, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen ehrlich gesagt, ganz ehrlich, die Spanier haben sich so schwer getan, das Turnier über deswegen, also dann jetzt bitte auch Italien, die haben wirklich straight geilen Fußball gespielt und auch keinen klassischen italienischen Fußball, Francesco weiß jetzt auch, was ich meine, diesen alten Catenaccio Stil, ne die haben richtig Gas gegeben die waren richtig gallig, nach vorne hin richtig stark danke dir, Heidi hoffentlich findet man eine gute Lösung für unseren ständig verletzten Salif Sané, so wie der SL4 nicht helfen können Yo So, Salif Sané ist jetzt abgereist aus dem Trainingslager, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt Salif Sané ist abgereist weil er das Training einfach nicht mitmachen kann weil er zu angeschlagen ist, da ist das Tempo nochmal ordentlich angezogen worden und es scheint wohl wieder ein Problem mit seinem Knie vorzulegen ja ist einfach schade aber ja kannst du gerade wirklich nicht drauf bauen auf den Mann leider England wird Italien im Finale ganz klar schlagen im Wembley aber bin trotzdem Fan von Francesco alles gut ne sehe ich halt nicht ich finde die Engländer spielen auch kein gutes Turnier also wäre schade finde ich muss ich sagen also ich bin jetzt tatsächlich auf der Seite der Italiener weil die mir am besten gefallen haben vor den Mannschaften Spanien darf man nicht unterschätzen das ist so ja ja die darfst du auch nicht unterschätzen ist so wenn die einen guten Tag haben kann das auch mal kann das auch mal passieren was echt schade ist bei euch dass der Spina Zola jetzt ausgefallen ist ne das ist echt bitter der hat mir richtig gut gefallen Salif Reus ja genau ja endlich ist der Cacinaccio weg wir haben uns die haben uns alle überrascht mit diesem Fußball ja 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 Gessi weißt du wann hier eigentlich im Mitgliederversammlung nachgeholt wird äh ich wusste es ich kann es gerne nochmal nachgucken muss es selber sowieso nochmal nachgucken so das ist der 17. Juli jo der 17. Juli da habe ich selber noch nicht entschieden ob ich da hingehe wobei warte mal ich kann ja gucken ob ich arbeiten muss dann weiß ich es eigentlich schon ja ich muss arbeiten schade ist ja dieses Mal eine Präsenzveranstaltung ja aber 17. Juli da ja danke für das follow Stefan moin danke dir sehr schön ich glaube Mandil schlägt die Saison ein sagt mir mein Gefühl das wäre natürlich cool ne das wäre echt cool und ich sage das meine ich wirklich so wie ich es meine so wie ich es gesagt habe ne äh ich fände das geil wenn Hamza Mandil nochmal die die Kurve kriegen würde aber äh sehe ich nicht ne sehe ich wirklich nicht also was ich die die letzte die letzte Saison habe ich gesehen dass wir 5 verschiedene Trainer gehabt haben und keiner auf Hamza Mandil gesetzt hat auch in Kramotzis nicht also ähm wäre cool aber ne fährst du da hin? ne ne wie gesagt ich wäre hingefahren wenn ich frei gehabt hätte aber ich habe nicht frei ähm bin für Dänemark aber ist schon klar dass die von den 4 die schlechteste Karten haben ich denke dass die Italiener das machen werden die spielen einfach einen sehr effektiven Fußball jo den haben äh ich denke die Italiener werden es machen die sind die sind effektiv vor allen Dingen ich finde die haben die Belgier dominiert das Gegentor das hätte einfach nicht fallen brauchen ne das hätte auch ein glattes 2-0 sein können gegen die Belgier ja leider Spinazzola fällt lange aus aber jetzt spielt die Mannschaft für Spinazzola da könnte noch mal ein Ruck durch die Mannschaft kommen das stimmt das ist natürlich ein Effekt der auftreten könnte ja stimmt Fadi15 Immobile hat einen Vertrag gekriegt und dreht bald einen Film mit El Peccino was? also für seine schauspielerischen Künste meinst du wie der da im im Strafraum gelegen hat ey das war echt wild das war echt komplett wild Lichter da im Strafraum will einen Elfer unbedingt haben steht dann nachher auf und sagt dann ja ok Tor alles klar kein Problem mehr ja Immobile ey soll Mendel bleiben? aus meiner Sicht kann er sehr gerne bleiben aber der muss halt auch irgendwann mal Leistung zeigen also wenn du mich jetzt fragst verkaufen oder nicht dann würde ich eher sagen verkaufen weil ich glaube einfach nicht mehr an den der hat 5 Trainer jetzt in der letzten Saison gehabt und keiner wollte mit dem zusammenarbeiten so warum sollte das jetzt nächste Saison der Fall sein? Hamza Mendel ist einfach am gleichen Tag wie ich geboren ob ich das jetzt so toll finden soll aber warum nicht? Hamza? ey bei FIFA ist das eine Legende ne? also bei FIFA nehme ich den immer auch bei Football Manager ey Hamza Mendel spielt bei mir ich habe mich letztens beim Football Manager mit Hamza Mendel gekloppt weil er gehen wollte ehrlich der meinte abgehoben der Typ einfach einfach abgehoben der meinte ich hau jetzt hier ab weil Schalke ist mir zu klein habe ich dir aber auch erzählt kannst du schön klicken Hamza Spanien hat bessere Einzelspieler das macht mir Sorgen wo hat der in Spanien die besseren Einzelspieler? sehe ich nicht ne? ne ja 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 Gott hat ihn geheilt das unterschätzen die Leute Immobile oder was? yo danke dir Falko Dinho sehr geil Leonard hey moin ja Rabi Matondo ist auch eine FIFA Legende oh ja genau Rabi Matondo der geht der geht auch was Immobile gemacht hat das waren sehr sehr viele Spiele machen sehr sehr viele Spiele auch so aber darüber wird nie geredet da fand ich was Werner damals gemacht hat schlimmer aber Werner hat ja auch seine Quittung dafür bekommen ne ich bin ich bin ich glaube zwei Jahre nachdem diese Aktion gewesen ist bin ich über den Ballermann gelaufen ne der komplette Ballermann da haben die überall T-Shirts verkauft mit Timo Werner ist dein Huchensohn zwei Jahre danach zwei Jahre also das war das war auf jeden Fall eine Nummer damals was Werner damals gemacht hat war wirklich schlimmer und Immobile ist nur der gut deswegen jetzt auch halbwegs gut in den Ball weggekommen weil er ja nicht gefiffen worden ist ne das war ja eher noch lustig wie der da gelogen wie der da gelegen hat finde ich gut den Vorschlag genau dreh einfach den Bildschirm dann sind es Likes genau ja Kessi was meinst du wie weit wird Schalke im DFB Pokal kommen ich hoffe bis ins Halbfinale bis ins Halbfinale meinst du wow keine Ahnung DFB Pokal ne DFB Pokal kann alles passieren Leute da kann alles passieren ich hoffe wir kommen weit ich hoffe wir kommen weit gucken das Schöne am DFB Pokal ist da kann auch mal eine andere Stimmung entstehen als wie als wie als wie in der Liga ich erinnere mal nur an 2011 Schalke wird einfach 14. in der Liga so schlecht und gewinnt den DFB Pokal ja und kommt auch noch bis ins Halbfinale der Champions League so hä what the fuck also ja so ist halt manchmal ich bin damals sieben Stunden mit dem Zug nach Leipzig gefahren und dann nach zwei Minuten die Schwalbe von Werner zu sehen nice geil war die geil ein Traum ein Traum als Schalke wählen ja aber da konnte man sich wenigstens wochen und jahrelang drüber aufregen über diese Schwalbe hat ja auch was Schönes alles alles ich habe mä drauf goed Timo Werner regt mich so auf, der hat gegen England seine letzte Chance verspielt und sollte zurücktreten. Timo Werner hat gegen England seine letzte Chance verspielt und sollte zurücktreten. Der muss einfach mal wieder anfangen, Tore zu schießen, Timo Werner. Er hat so eine schlechte Saison mit Chelsea gespielt. Ganz ehrlich, Timo Werner ist für mich einer, da mag ich ihm jetzt Unrecht tun, ich kenne ihn vielleicht auch nicht so gut, aber der ist einfach nicht die hellste Kerze am Baum und der denkt halt nicht großartig nach vor dem Tor. So, deswegen, ich weiß nicht, was da bei ihm los ist. Vielleicht denkt der im Moment zu viel nach. Ich war beim ersten Spiel nach der Schwalbe im Stadion, erster Spieltag 2017-2018 gegen RB, 2-0-Sieg und Werner wurde bei der Aufstellung nur als schwarze Silhouette gezeigt auf dem Würfel. so geil. Stimmt. Stimmt. Richtig. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Ja. Wie gut lief denn das Testspiel gestern? Wollte gucken, aber kurz nach Beginn habe ich einen größeren Einsatz gekriegt. Wie gut lief denn das Testspiel? Meiner Meinung nach gut. 0-0 ist es ausgegangen. Ich fand es top. Ja, genau, Jan. Genau das würde ich sagen. Ich fand es top. Also, das ist der russische Meister gewesen. 0-0 ist es ausgegangen. Die hatten mehr Chancen als wir. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also, im Endeffekt, wenn die ein, zwei Tore gemacht hätten, hätten wir uns nicht beschweren brauchen. Aber ich fand es dennoch. Also, ich fand es okay. Etwas. Ich wollte gerade sagen, etwas zu wenig Chancen herausgespielt. Aber das war eigentlich nicht. War eigentlich nicht. Marius Bülter hatte einige Chancen. Simon Terodde leider nicht. Der hätte sie wahrscheinlich direkt reingemacht. Danke dir, Francesco. Bin weg, Gäste dir. Und den Chat noch viel Spaß. Und Leute, nicht vergessen, ein Abo bei KultxBlauTV hinterlassen. Und liken den Gästen. Macht es klasse. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao, Francesco. Bis Sonntag. Hallo, Paul Munoz. Ich fand im Testspiel super, dass Lange in der zweiten Hälfte einen guten Eindruck hinterließ. Stimmt. Lange war gut. Ja. Kann ich bestätigen. Fakulino, du hast irgendwie was Besonderes heute genommen. Danke dir auf jeden Fall. Danke dir. Bei dem RB-Spiel gab es auch noch einen legendären Ausruf vom Quatscher. Und der wird zu seinem Auto gebeten. Hör mal, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Der Schlüssel steckt, der Motor läuft noch. Stimmt. Genau. Kann ich mich auch dran erinnern. Der war gut. Ja. Hör mal, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Das hört sich doch gut an. Ja. 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 Das war schon okay. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt gegen Schacht Jadon jetzt spielen. Sind wir nicht alle ein bisschen blumer? Oh Gott. Wer wird Europameister? Italien. Ganz klar Italien. Schulti, mein Bruder. Das warst bestimmt du. Wer sonst? Ja. 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 Grüße aus Barcelona. Ich bin Schalke Anhänger. Hey. Moin. Liebe Grüße zurück. Cool. Freut mich. Grüße aus Barcelona. Bist du Spanier? Ja. Paul. Ist das ein Vorname? Ja. Wahrscheinlich. Paul Monos. Weißt du, ob das Spiel gegen Daniels Güter bei Servus TV vorläuft? Oh, das weiß ich nicht. Nee. Warte mal. So, ich sage es euch. Nee, steht anscheinend noch nicht fest. Nee, sieht nicht so aus, als ob es feststeht. Also, wenn es nicht übertragen werden sollte von Servus TV, dann denke ich, wird es auf jeden Fall Schalke selber machen auf YouTube. Das muss man sich auch erstmal verdienen, Schulti. Wieso so viele Dislikes? Ja, weil ich einfach ein Badass Motherfucker bin. Sieht man doch. Wann ist das das Spiel? Das ist am 9. Juli. Sprich, nächste Woche Freitag um 18 Uhr. 17.30 Uhr werde ich übrigens dann live gehen. Ich kann euch auch gerne mal den Plan zeigen, jetzt für nächste Woche, wie wir nächste Woche dann streamen. Ich bin gerade hier an den Startkreis. so. 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 Gestern war der Mafia-Boss aus dem Münsterland. So sieht es aus. Richtiger Assi. Richtig kranker Typ. So. So sieht das aus in der nächsten Woche. Ach, guck mal hier. Aus optischen Gründen nicht ganz in die Ecke. So. Ja, scheiße, war ja eigentlich schon final der Plan. Jetzt ist er final. Also Montag 17 bis 19 Uhr streame ich auf Cassie TV. Es gibt jetzt eine Änderung. Ich werde den, die Streams, werden auf Cassie TV jetzt immer vor dem Schalke Update stattfinden. Ja. Also nicht mehr abends um 22 oder 23 Uhr. Dann werde ich nur noch streamen, wenn ich, ja, Bock habe. Keine Ahnung. Wenn, wenn beispielsweise, also da kann ich zum Beispiel die Schalke Updates kann ich überziehen. Oder ich kann einfach mal zocken. Vielleicht mal mit Andreas eine Runde Fortnite oder so. Also da habe ich auf jeden Fall dann mehr Zeit ab nächste Woche. Und wie gesagt, ab 17 Uhr dann nehmen wir die Streams auf Cassie TV. Genau. Genau. 17 bis 19 Uhr. Und dann Dienstag sieht es dann ähnlich aus. Also 20.15 Uhr dann sprechen wir über Schalke. Am Dienstag gibt es dann die Live Reaction zu Italien und Spanien in der EM. Mittwoch findet kein Stream statt. Da bin ich verhindert. Dann am Donnerstag wieder 17 Uhr Cassie TV, 20.15 Uhr Schalke Update Show. Und Freitag wird es sehr, sehr geil. Da kommen nämlich 17.30 Uhr die Live Reaction. Schalke gegen Schachtja Donetsk. Und 20.15 Uhr machen wir wieder eine Call-In-Show. Jo. Das wird auf jeden Fall eine feine Sache. Direkt dann nach unserem Spiel gegen Schachtja Donetsk. Und da können wir wieder über alles Mögliche sprechen. Also würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Wenn ihr da auch im Discord euch einfindet und dann mit mir über Schalke 04 sprecht. Jo. Samstag findet wieder kein Stream statt. Am Sonntag um 11 Uhr dann der Live Talk mit Francesco. Jo. Das wird auf jeden Fall eine geile Sache. Um 20.15 Uhr dann die Live Reaction fürs Finale. Da steht jetzt Cassie TV hinter. Stimmt aber gar nicht. Das kommt auf Königsblau TV. Also pickepacke volles Programm nächste Woche für euch. Cassie TV und Chipka unter den Schalke YouTube an. Warum? Warum das jetzt? Wie kommst du da drauf? Achso, wegen Badass Motherfucker. Ja. Pascal. Moin. 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 Ich kann es ja keinem verübeln. Immer diese Konzentration. Aber was heißt, ich kann es keinem verübeln. Ich sag da nichts so. Ich sag da einfach nichts so. Pascal, du kannst gegen den Anfang des Streams kannst du nochmal gucken, da habe ich was dazu gesagt. Ich kann es ja nicht nach Dauer. Die sind noch stärker als Petersburg. Ich sag dir doch jetzt jahrelanger Champions League Teilnehmer. Ich dachte im ersten Moment, es können nur noch Mitglieder schreiben. Nee, nee. Abonnenten dürfen nur noch schreiben. Ja. Welcher Mannschaft gönntst du den EM Titel von 1 bis 4? Von 1 bis 4. Gönnen. Gönnen. Gönnen würde ich es natürlich am meisten den Dänen tatsächlich. Ja. Weil die einiges auch durchgemacht haben in dem Turnier. ne. Das muss ich ganz klar sagen. Am meisten den Dänen. Okay, dann machen wir mal eins Dänemark, zwei Italien. Ich glaube aber, dass die Italiener es werden. So. Ne. Und das gönne ich den Italienern auch, weil die den besten Fußball spielen der EM. Danach kommt Spanien und danach England. Den Engländern gönne ich es nicht. Ich finde sie spielen schlechten Fußball, aber genauso wie Spanien auch. Sie spielen schlechten Fußball dieses Turnier und kommen dennoch weiter. Acho ja. Immer beginnst du von mir. Ja? Es geht vorbei. Und die тут sind alles. Und jetzt will das wieder schauen, dass du das irgendwas passiert hast. Michael, wer sonst? Wer sonst, Bruder? Wer sonst? Gute Reihenfolge sehe ich auch so, wobei ich Spanien am langweiligsten finde. Ja, okay, von der Seite aus kann ich es verstehen. Ich finde, die Engländer haben noch irgendwie eine aufregende junge Mannschaft. Doch, das stimmt, ja. Ja, von der Warte kann ich es verstehen. England hat immer noch kein Tor kassiert, Abwehr gewinnt, Meisterschaften hoffe, kommt nicht so. Ja, okay, von der Warte kann ich es verstehen. Sie, Kesti, habe die Bilder mal gesendet über Insta. Kannst du gerne auch mal im Stream zeigen, wenn du willst, aber dann nur ohne mein Gesicht. Ach so, okay. Warte. So, ihr habt es gesehen, er hat es geschrieben, nur ohne sein Gesicht. Oha. Danke dir erst mal, dass du es zugeschickt hast. Wie geil ist das denn? Passiert da was? Ne, ne? Da passiert nichts. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Ja, das kann man gut sehen. Krasse Kutte. Ehrlich. Hammer. Geil. Ist das da rechts an der Wand etwa das grüne Schalke-Trikot? Wo? Ja, sicher. Gefällt dir nicht oder was? Aber da kommt auch das blaue bald hin. Das von Klaas-Jan Hünteler kommt da hin. Hast du vor, KCTV nicht nur auf Twitch, sondern auch parallel auf YouTube zu streamen oder ist das weiterhin nicht geplant? Es geht nicht. Sobald man Affiliate ist bei Twitch, darf man nicht mehr parallel streamen. Und ja, vielleicht gibt es einen einen oder anderen, der das macht. Aber wie gesagt, wenn er halt auffällt, dann keine Ahnung, was dann passiert. Du darfst es letztendlich nicht. Du hast einen Vertrag mit Twitch in dem Moment, wo du Affiliate bist. Und ja, da darfst du es einfach nicht parallel zu streamen. So muss ein Fan aussehen. Jawohl. Das blaue ist besser. Als erstes muss ich nochmal hier Raoul aufhängen. Der kommt ja auf jeden Fall da hin. Und ich habe noch was versorgt. Da hat es schon geknallt. Shit. Moment. 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 Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Das war da tier. Kommt auch an eine Wand. Okay, wusste ich gar nicht. Schade. Ja, ist leider so, Manuel. Ist leider so. Deswegen kann ich es nicht machen. Also die Namen, die ich jetzt da drauf geschrieben habe, das ist jetzt erstmal nur so ein Test gewesen. Was ich letztendlich vorhabe, ist, die auch an die Wand zu hängen. Und zwar hier. Das könnt ihr jetzt zwar dann nicht sehen, aber das kann man sehen, sobald man dann die Kamera umstellt. Ja, einmal so. Genau. Das ist dann die hier. Jetzt ist der Schwach auch noch aufgefallen. Egal. So, die soll letztendlich hier hin kommen. Gut, da muss man immer gucken wegen dem Licht. Das kann man jetzt so schlecht sehen. Aber da muss das Licht einfach nur richtig eingestellt sein. Und, ähm, ich muss ein bisschen lauter reden, ne? Ja, so sieht das dann aus. So wird das dann da hängen. Und dann werden wir mal die Aufstellung zwischendurch besprechen. Und dann, äh, ja, werde ich mich hier hinstellen und das dann machen. Und daneben kommt der gute Raúl. Und dann, äh, ja, der gute, hör mal, der gute, da ist er, der Raúl. Und dann, äh, ja, der ist dann auch so im Stream zu sehen, ne? Die Fahne muss ich mal gucken. Ich glaube, die Fahne, die kommt dann einfach etwas weiter nach unten. Mehr in Richtung Tür. Moin, Roman, wie geht's dir? Hi, kann man sagen, endlich ist er weg? Oder sagt er, warum bekomme ich nie die Chance? Kann man sagen, endlich ist er weg? Oder sagt er, warum bekomme ich nie die Chance? Erstmal Moin, Micha. Cool, dass du mit dabei bist. Kann man sagen, endlich ist er weg? Also, ich würde nicht sagen, endlich ist er weg. Nee, nee. Dafür finde ich es einfach zu schade, wie es gelaufen ist mit ihm. Och, scheiße, jetzt rüber. Randale, hier kommt er. Ach, Digga. Jetzt ist hier die komplette Randale angesagt. Wie siehst du es, Micha? Wie siehst du es? Für mich ist das eine Tragödie, muss ich sagen, mit Kutuccio. Ja, wäre es schön gewesen. Wäre ein Traum, ein Fantraum, der da geplatzt ist. Ein Junge aus Gelsenkirchen, ja, hat es leider nicht gewuppt. Tragödie ist auch voll übertrieben, ne? Der ist ja nicht gestorben oder so. Aber das ist zu weit weg. Ich meine gut, aber ich kann die Kamera ja noch näher heranzoomen, ne? Das müsste gehen. Kea, kommst du rein in das Studio, fällst du zusammen, Glück auf. Moin, Thiele, wie geht's dir? Hilfe, ich habe Innes drin. Guten Abend, moin, Christian. Kessi, Münster gegen Wolfsburg, ne? Wat, wie, wo? Ach, beim DFB-Pokal? Habe ich gar nicht mitbekommen. Münster gegen Wolfsburg? Hey. Krass. Kessi, was hältst du vom Helmpeter? Könnt ihr eine Live-Reaction zu Hschake HFV machen? Mit Helmpeter zusammen? Ich kann mit dem nicht so viel anfangen, weil ich den nur ein paar Mal jetzt gesehen habe bei YouTube, ehrlich gesagt. Und naja, er ist halt schon irgendwie ein Original. Ich glaube, der macht auch was mit anderen YouTube-Kanälen, ne? Hm. Ja, top und dir? Ja, ey, alles tut ich auf jeden Fall. Ja. Alles gut. Ja. Top-Fahne rechts hinter dir, by the way. Okay. Okay, Kessi, geht schlafen, muss morgen wieder arbeiten gehen. Hau rein, Uwe, bis dahin. Was meinst du, spielen wir wieder eine gute Rolle bei der WM? Uwe, übrigens, das brauchst du mir eigentlich nicht jeden Tag zu schreiben. Mir ist das schon öfter aufgefallen, Uwe, dass du mir schreibst, okay, ich gehe jetzt schlafen, muss morgen wieder arbeiten oder so. Das ist echt nett, aber da brauchst du mir nicht jeden Tag zu schreiben. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du da so mitteilungsbedürftig bist, aber ich lese es jeden Tag dann auch vor irgendwie. Und ich kann es auch einfach überlesen, aber so. Das ist wirklich nett, aber das ist jeden Tag das Gleiche. Gewinn Münster? Ja, ich hoffe doch. Was meinst du, spielen wir eine gute Rolle bei der WM? Da muss Flick erstmal ein bisschen was ändern, ne? Der muss was ändern und vor allen Dingen brauchen wir einen guten Stürmer wieder. Wir hatten einfach einen guten Knipser, einen, der richtig gut in Form ist. Und der es auch in der Nationalmannschaft zeigt. Ich glaube, es lag viel daran, dass wir keinen guten Stürmer hatten jetzt bei der WM. Helm-Peter und Trompeten-Willi werden als Gäste der Hammer. Und dann noch den Peter Neurohra. Jo, Trompeten-Willi war mal bei Francesco, ne? Habt ihr mitbekommen? Ja. Das war auch cool. Apropos jeden Tag das Gleiche. Heute Sport gemacht? Heute nicht, Ali. Heute nicht. Ich wollte heute ins Fitnessstudio gehen. Und jetzt ist es aber für morgen geplant. Weil, ganz ehrlich, mir tat immer noch alles weh. Es waren drei Tage jetzt, in denen ich gelitten habe, wie sonst was. Weil, es ist gelitten. Es tat einfach nur weh, ne? Ich war das erste Mal seit zehn Jahren wieder im Fitnessstudio. Und es tat nur weh. Es tat einfach nur weh. Tut es dir leid, dass Oczipka weg ist? Nein. Leid tun ist ein falsches... Ist das das falsche Wort? Nö. Ich meine, da wird Oczipka mit Sicherheit auch so sehen. Muss man professionell sehen. Er hat keine Leistung oder wenig Leistung letztendlich gezeigt. Oder zu wenig Leistung, als dass Schalte mir die verlängert hätte. Beziehungsweise letztendlich ist es nachher auch an den Finanzen einfach gescheitert. Ne. Aber Leid tun? Nein. Fußball-Profi tut mir generell nicht leid. Ne. Ne. Sollte einem auch nicht leid tun, ehrlich gesagt. Die haben tolle Jobs so. Das sind Jungs, die haben ihr ganzes Leben dafür hart gearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Das haben die auch alle verdient. Aber letztendlich ist es ein Riesenprivileg, das machen zu dürfen. Jeden Tag zum Fußballplatz zu fahren und mit dem Geld zu verdienen. Und vor allen Dingen einen Haufen Geld zu verdienen, was sie, ja, was deren Hobby eigentlich mal gewesen ist, so. Deswegen, ne, da tut mir gar nicht leid, ne. Willi, war mal bei Francesco wieder. Ist das denn? Ja, war so. War so. Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Ja, 2018 lang schon am Sturm, diesmal wieder. Ja, Christian. Ich meine, im Zweifel muss man dann vielleicht auch einfach mal, ich sehe irgendwie ein, dass wir extrem viele gute Spieler da haben in der Offensive, ne. Aber wenn da keiner dabei ist, der knipst, dann nützt es einem doch auch nicht wirklich was. Da würde ich, würde ich zur Not, würde ich noch den, äh, den, äh, Terodde nochmal holen. Oder was ist nochmal? Das erste Mal holen. Ehrlich. Der weiß wenigstens, wo das Tor steht. Und Nationalmannschaft hat er noch nicht ausprobiert. Bundesliga funktioniert nicht, sind wir uns einig. Aber, äh, warum nicht in der Nationalmannschaft? Einfach mal den Terodde reinstellen. Hi, was geht, Bro? Mahlzeit, Kevin. Oh, Cipka, wo demnächst landet, wo kommen Liga 1. Als Backup kannst du den wohl gebrauchen. Aber dann ist er auch vorbei, so. Und Cipka ist kein Mann, der, äh, auf den, oder zumindest keiner, auf den man sich alleine verlassen sollte. Haben wir gesehen. Das, das, äh, bringt halt nichts, ne. Aber ich sehe, ich sehe schon, dass so Cipka noch die Qualität hätte in einem Team, ja, ich sag mal, bei Bielefeld oder Köln oder sonst irgendwie, doch, könnte der. Aber als Backup. Nur als Backup. Nicht als Stammspieler. Das schon, du sagst, Davy Selke. Ha, nee, nee. Nee, nee. Nein. Ja, oder, keine Ahnung, dann zur Not halt Volland so, ne, wobei ich von Volland ehrlich gesagt nicht so viel halte. Ich finde, dem fehlt tatsächlich ein Stück weit, äh, die, die Qualität. Aber, ja. Na, wenn sie Gamer, Chris, moin. Wenn Lukas nämlich ja gut wechselt, kann er eine gute Rolle im Sturm spielen. Ja. Ja. Er ist ein riesen, riesen Talent, ne. Riesen Talent. Aber wie gesagt, ein Knipser. Es fehlt wirklich ein Knipser. Einer, der vorne steht und, äh, die Dinger reinmacht, meiner Meinung nach. Ja, der kann auch gerne ein, äh, kompletter Stürmer sein, der auch ein paar Bälle festmachen kann, auf jeden Fall, ja, aber der muss knipsen können. Das ist wichtig. Sonst werden wir bei der WM wieder abkacken. Und Mascarell bleibt? Ich denke nicht. Nein, glaube ich nicht. Sehe ich nicht, Simone. Mascarell wird mit Sicherheit einen Verein finden in Spanien. Ja. Und zur Not auch in Deutschland. Also, ähm, da wird sich jemand finden. Der hat auch einen Mascarell, den würde ich auch gar nicht so, als so verbraucht ansehen wie andere jetzt. Ja. War Kapitän auf Schalke, war halt komplett überfordert mit der Situation. Ja, aber wer wäre das nicht gewesen? Jo, den gibt es einfach aktuell nicht. Null. Ja. Ja. Ich meine, Timo Werner ist jetzt auch kein, äh, kein schlechter Fußballer, ne? Muss man sagen. Oder ist eigentlich auch ein Knipser. Aber, aber wenn er halt nicht funktioniert, wie jetzt bei Chelsea oder jetzt bei der EM. Ja, was machst du denn dann? Aber wir haben jetzt Hansi Flick. Jawohl. Aber das ist kein Stürmer. Das ist kein Stürmer. Welche Spieler würdest du jetzt noch verkaufen? Ähm, Mascarell definitiv. Ähm. Ähm, ich sag mal jetzt aus rein spielerischen Gesichtspunkten oder, ich meine, du kannst die Frage ja verstehen, wie du willst. Oder auch mit unterfinanziellen Gesichtspunkten. Welche Spieler würdest du jetzt noch verkaufen? Sagen wir es mal so. So, wenn ich irgendeinen Spieler von unseren Verkaufskandidaten behalten würde, hätte ich vor ein, zwei Wochen hätte ich noch Sané gesagt, aber jetzt habe ich auch wieder Respekt vor dieser Knieverletzung von ihm, dann wäre es wahrscheinlich Harit, die ich behalten würde. Aber die Frage stellt sich nicht, ne? Der muss weg aus finanziellen Gründen. Noch eine kleine Geschichte zu der Kunde. Bin mit dem ganzen Anzug, den ich dir geschickt habe, durch eine kleine Stadt bei mir in der Nähe gegangen, habe so viele verwirrte Blicke einstecken müssen. Hat aber extrem Spaß gemacht. Ey, geil. Geil, Kevin. Geil, Kevin. Das, da muss man sich auch erst mal trauen, ne? Mit Sonderkutte durch die Gegend zu laufen, auch so aus dem Nichts, aber es ist schon cool, ne? Schon cool. Aber das heißt, muss man sich trauen. Muss man wollen, sagen wir es mal so. Ja. Aber es ist cool. Nehme ich ja bei der U21 EM. Was für ein Hammer. Yo, Glück auf. Mahlzeit, Marcel. Das wäre ja eine gute Sache, aber Italien wieder Europameister, hat Kessi gesagt. Sehe ich so. Ja, Italien. Wer sonst? Kessi, ist die Sache mit Sané gelaufen? Was meinst du, Michael? Was heißt auch gelaufen für dich? Ist der Transfer? Ist die Sache mit dem Transfer gelaufen? Ist Sané generell für dich? Amin Harid, ein Trauerspiel, weil man sieht, was der mal für eine Karriere-Perspektive hatte. Ja. Stimmt. Aber Amin Harid, wie gesagt, deswegen habe ich das auch so geantwortet, hat die meisten Vorlagen in dieser Katastrophensaison oder beziehungsweise die meisten Scorer-Punkte in der Saison gebracht. Ich finde, Amin Harid kannst du in gewissen Spielen, ich sage mal in der Hinrunde nicht unbedingt, aber in der Rückrunde kannst du schon sehen, dass der Bock gehabt hat. Nicht nur Bock gehabt hat, sondern dass der wirklich versucht hat. Ich habe aktuell mein Italien-Trikot von der EM 2012 von Pirlo an. Macht Laune damit, in meinem Kuhdorf einkaufen zu gehen. Okay. Wenn Dänemark Europameister wird, fresse ich einen Besen. Ja, das verstehe ich. Das glaube ich auch nicht. Oder? Glaubst du das, Kevin? Nee. Nee. Ich sage Italien. Baku, Neemich, Wirtz würde ich bei der WM auf jeden Fall mitnehmen, wenn sie so weiterspielen und Neuhaus sollte mehr spielen. Okay. Ich meine, ja, die Knochen sind kaputt, Kesti. Ach, du meinst, dass er seine Karriere beenden muss, oder was? Ja, der soll einfach zum Arzt gehen. Das wird schon irgendwann wieder. Was mich jetzt echt pessimistisch stimmt, ist der Transfer von Sané. Kriegen wir den jetzt noch los? Weil, wie gesagt, wenn einmal die Zweifel da sind, kann er überhaupt spielen, dann wird es halt schwer. Wie willst du den so loswerden? Harit würde für perfekt zu vereinen wie Frankfurt passen, denke ich. Frankfurt, ja, denke ich auch. Frankfurt wäre auf jeden Fall eine Idee. Harit generell auch. Also, ich sehe ihn vielleicht sogar in Italien oder in Spanien. England eher nicht. Da wird der kleine Amin nur auseinandergenommen. Da nicht. Aber Italien oder Spanien, ja. Oder Frankfurt, ja. Frankfurt ist so seine Kragenweite, würde ich auch sagen. Wäre witzig gewesen, wenn Rostock das vierte Mal in Folge gegen Stuttgart gespielt hätte. Wie, das vierte Mal in Folge gegen Stuttgart? Das muss man mir mal erklären. Ach, im DFB-Pokal, oder was? Ah, okay. Italien, Spanien werden bestimmt ein geiles Spiel. Weiß ich nicht. Also, ich erwarte ein geiles Spiel auf jeden Fall von den Italienern. Ja, mal gucken, ob die Spanier da mithalten können. Wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass Dänemark den EM-Pokal heute traue. Ich traue denen einen Sieg gegen England trotzdem durchaus zu. Du glaubst nicht an, dass Dänemark den EM-Pokal holt. Traust aber einen Sieg gegen England zu. Okay, alles klar. Nee. So würde ich es auch mit unterschreiben. Ja, ich hoffe, dass sie den Engländern ein Bein stellen. Meine beste Freundin ist Pizza ohne Käse, aber mit Messer und Gabel. Kann ich die irgendwo umtauschen? Die scheint defekt zu sein. Was? Was? Pizza ohne Käse, aber mit Messer und Gabel? Pizza ohne Käse kann ich halbwegs nachvollziehen. Also, ich meine, die originale Pizza in Italien, da liegt halt der Käse unten. Und das schmeckt auch geil. Da guckt man als Deutscher sich das erstmal an und denkt so, hä? Aber so ist das richtig. Und das ist auch gut so. Weil, ja, schmeckt geil. Schmeckt einfach wirklich geil. So, aber ganz ohne Käse finde ich auch ein bisschen komisch. Mit Messer und Gabel? Naja, gut. Es kommt halt drauf an, wo du isst, ne? Stell dir vor, du gehst in so einen richtigen Edelschuppen rein, so. Es kommt immer drauf an. Ich glaube, ich würde zu den anderen Tischen rüber gucken. Und erstmal gucken, wie essen die überhaupt ihre Pizza? Ja, und wenn ich einen sehe, der nie mit den Händen ist, dann weiß ich, jawohl, bin auch mit dabei. Glaubst du, Hoppe ist der richtige Partner für Terodde? Der richtige Partner für Terodde? Ja, den richtigen Partner, den muss man erstmal, sowas muss man erstmal schnitzen, ne? Also, klar, die sind sich sehr ähnlich, die beiden, ne? Terodde und Hoppe, finde ich. Also einmal von der Statur her, auch vom Spielertypus her sind die sich ähnlich, finde ich. Aber, ich finde, das schließt sich nicht automatisch aus. Ich nehme mal ein Beispiel, Emilian Penzer und Ebbe Sand. So. Ich fand, die beiden waren auch einfach beides Vollblutstürmer. So, das war nicht unbedingt der eine, der besonders schnell war, oder der andere, der besonders viel geknipst hat oder so. Also, naja, okay, Sand war schon öfters mal mit einem Tor bei der Stelle, aber ich sage mal, so von den Spielertypen her, waren die sich auch relativ ähnlich. Also, ich glaube, da findet auch viel auf der mentalen Ebene statt. Und das muss man einfach mal abwarten. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ein Hoppe, ähnlich wie Kutucu, erstmal wenig Einsatzzeiten bekommt. Würde irgendwie ins Bild passen, einfach, von Schalke 04. Ja, dass er einen Bülter oder einen Rammann spielen wird. Guck mal, dass er im Finale 2012 4-0 für Spanien. Ja gut, aber das war ja auch eine ganz andere Mannschaft damals. Also, wenn du Spanien damals gesehen hast, die waren vor einem anderen Planeten. Kevin. Die waren vor einem anderen Planeten. Aber deine Freundin ist Laktoseintolerant. Ah ja, stimmt, richtig. Genau, könnte auch sein. Meine Beste ist speziell. Sie ist genauso Banane wie ich. Deswegen liebe ich sie ja auch. Das Schlimme ist, die Kerle ist genauso drauf und ich hole immer mit Doppeltkäse. Ha, sehr gut. Aber eine leichte Plauze ist da, Falko Digno, oder? Pizza ohne Käse ist doch Flammkuchen, oder? Terodde oder Ramm... Flammkuchen. Okay. Terodde und Rammann müssen rein theoretisch gut gemeinsam funktionieren. Ja, in der Theorie ja. In der Theorie ja. Der eine ist schnell, der andere knipst. Klar. So, aber... Das hängt auch sehr, sehr viel von den Spielern als solches ab, ob die einfach in einer guten Form sind. Also, ich glaube, dass die beiden harmonieren. Okay. Hopp und Terodde passen gut. Wir holen ja noch einen Spielmacher. Yo. Aber Rammann passt auch. In Liga 2 können richtige Stimme wie Hoppe und Terodde durchaus Sinn machen, weil wir den Ton angeben werden müssen. Terodde macht Sinn. Also, wenn einer für die 2. Liga Sinn macht, dann Simon Terodde. Ehrlich. Und Hoppe? Mal gucken. Ja. Vielleicht, äh... Vielleicht putzt er da los. Wird auch super. Das wäre der Hammer. Kennst du, ich rede mal mit dem Toni Kroos. Der kommt dann zu uns. Ja, warum nicht, ne? Toni Kroos. Was ist eigentlich mit Gareth Bale? Kommt der jetzt? Da war Puyol, Iniesta, David Villa, Xavi Alonso, Casillas. Ja, ist so, Kevin. Hast du so viel Flugverkehr oder hört sich das nur so an? Ich habe keinen Flugverkehr hier, Stefan. Rammann ist mein Lieblingsstürmer auf Schalke. Okay. Rammann ist mein Lieblingsstürmer auf Schalke. Mein Lieblingsstürmer ist Simon Terodde. Ja. Ich finde, wir brauchen welche auf den Bahnen. Wir haben zwei jetzt, ne? Rammann und Bülter. Heißt, wir könnten auch mal, ja, mit zwei Flügelstürmern könnten wir auf jeden Fall auch mal spielen. Also wir sind jetzt taktisch auf jeden Fall variabler, als das vorher gewesen sind. Bülter links, Rammann rechts, zack, hast du es stehen. Aber du hast halt keine Alternativen mehr für die beiden. Also, wie gesagt, du kannst es mal machen, aber sobald du den einen wieder auswechselst, musst du eigentlich schon wieder umstellen. Wenn du es sinnvoll machen willst, ja, theoretisch. Klar, du kannst auch einen Langer auf die rechte Flügelstürmerposition stellen. Ich habe gehört, Bale hat gerade ein Flugticket nach Deutschland gebucht. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich finde es krass, dass Kutuchu wechselt. Ach, kacke. Ach, krass. Wieso lese ich krass? Ich finde es kacke, dass Kutuchu wechselt. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Ich kann aber auch die andere Meinung, ehrlich gesagt, nachvollziehen. Also, meiner Meinung nach ist es einfach schade, wie es gelaufen ist. Einfach schade. Ich hätte mir als Loskreis lauter in Magdeburg oder Münster gewünscht. Münster. Das wäre auch ein dickes Ding gewesen, ne? Schalke gegen Münster. Das Problem ist, dass eine Mannschaft danach raus ist. Aus meiner Sicht jetzt, ne? Ich komme ja aus dem Münsterland. Der Gareth Bale-Joke fand ich nicht ganz gelungen. Oh, solche Witze sollte Schalke nicht machen. Also, ich habe mich richtig geärgert, als ich das gesehen habe. Ach, nee. Nein. Nein. Ich finde das gut, wenn man mal mit Humor an die ganze Sache drangeht. Ist das hier nicht der Streaming-Kanal von Qatar Airways? Ja, schön wär's. Da hätte ich die Taschen aber voll, Lukas. Dann hätte ich die Taschen aber richtig voll. Weil ich will mich nicht beschweren, ne? Über den Stand jetzt, aber... Da geht natürlich noch was nach oben. Wer nicht liked, kriegt später keinen Nachtisch. Also, hoppi, hoppi, hoppi. Haha. Gegen wen spielen wir im Pokal? Gegen Villingen. Gegen FC... Villingen 08. Ja. Villingen kennen wir schon. Jo, genau. Es ist schade im Kutuccio, aber wirtschaftliche Vernunft muss zur Zeit die höchste Priorität haben, auch wenn es wehtun kann. Ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Also, wenn er wirklich 1,5 Millionen jetzt verdient hat in der zweiten Liga, dann muss ich auch sagen, okay, dann macht es auch aus wirtschaftlichen Gründen Sinn, Kutuccio abzugeben. Dann ist das Risiko auch zu hoch, dass er nicht funktioniert nächste Saison. Ja. Insofern... Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Stückzahlen jetzt wirklich stimmen. Aber, ich meine, Jan hatte eben auch schon gesagt, das stimmt mit den 1,5 Millionen. Dann muss ich auch sagen, okay, dann ist die richtige Entscheidung. Katar, reichste Land mit 1,5 Millionen Einwohnern. Welche Liga sind die denn? Wer? Finde das mit Kutuccio schade? Ja. Ja. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Gegen Fillingen hatte Schalke 2016, 2017 schon gespielt. Genau. Und wie war das damals ausgegangen? Also, ernsthaft, also dass du fragst, ob wir gegen Fillingen weitergekommen sind, ne? Pokalduell gegen Fillingen hat mehr Tradition als RB Leipzig. Ja. Ist so. Ist so. Nochmal die Frage. Hättest du ja auch so eine Kutte? Fällt es echt stark, wenn du deine Reactions von Dingen anhättest? Würde dir, glaube ich, gut stehen? Nein. Ich habe keine Kutte, Gavin. Nein. Nein. Habe ich nicht. Habe ich einfach nicht. Habe ich nie. Ich bin ja auch nicht so ein extremer Stadiongänger, Gavin. Ich bin zweimal im Jahr im Stadion. So, das war es. Da hat sich nie eine Kutte wirklich angeboten. Hi, Kesti, alte Socke. Moin, Sebastian. Hi. Moin, Moin, Mühle, Mario. Hi. Auch schon länger nicht mehr gesehen. Moin, Moin, Kesti. Glück auf aus Gelsenkirchen. Jawohl. Moin. Sehr schön. Dann wird es aber Zeit. Was für eine Kutte. Haha. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Ist 0,4 ausgegangen. Ja. Gegen Filling dann. Okay. Jo, Leute. Ich würde sagen, das war es für heute. Wenn ihr Bock habt, schaut doch gleich nochmal auf Twitch vorbei. Da bin ich gleich noch am Start. Ja, genau. Da zocken wir übrigens FIFA im Moment. Zweite Liga. Wir stehen aktuell auf dem ersten Rang. Heißt, es ist sehr gut möglich, dass wir aufsteigen. So sieht es im Moment zumindest aus. Wir sind jetzt in der Rückrunde. Ich glaube Spieltag 22, meine ich. Ja. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und nein, ich habe nicht die Schwierigkeit runtergestellt. Ich bin einfach so gut. Ne? Wisst ihr Bescheid? Also, jetzt gleich 22 Uhr bei Cassie TV. Gerne vorbeischauen. Und ja. Das war es dann damit. Ja, wie heiße ich auf Twitch? Cassie TV. Kevin. Und mach mal den Ton an. Da hat gerade auch noch jemand ein Follower hinterlassen. Danke dafür. Sehr cool. Okay. Bis gleich dann. Und wir sehen uns. Achso, ich lasse euch hier nochmal einmal kurz den Streamingplan nochmal rein. Dass ihr nochmal kurz seht. Ab nächste Woche werde ich dann 17 Uhr immer streamen auf Cassie TV. 17 Uhr. Und 20.15 Uhr ist nach wie vor die Schalke Update Show. Und wir haben unter anderem Italien, Spanien als Live-Reaction nächste Saison. Nächste Woche. Und das EM-Finale. Außerdem einen Live-Talk nächste Woche Sonntag um 11 Uhr mit Francesco. Ja. Also das nur als grober Überblick. Außerdem Live-Reaction. Natürlich Schalke 04 gegen Schachtjordonek am Freitag. Und danach ein Call-In. Also wer Bock hat, gerne reinschauen. Abchecken. Habt ihr wieder die Möglichkeit, hier direkt anzurufen, mit mir zu sprechen. Jo. So sieht's aus. Okay. Der blau-weiße Stachel lässt grüßen. Ich grüße zurück den blau-weißen Stachel. Und. Oh. Wisst ihr, was ich heute bekommen habe? Zeige ich euch aber dann im nächsten Stream. Von den Jungs. Auch danke dir für dein Follow. Sehr geil. Ihr kennt doch diese Aktion, diese T-Shirt-Aktion, die jetzt auf dem, ähm, die T-Shirts, die auf der Nordkurve jetzt gelegen haben, ne? Ich glaube, Nordkurve war es, ne? Nicht die Südkurve, sondern die Nordkurve. Da haben sie gelegen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Da habe ich jetzt auch mein T-Shirt zugeschickt bekommen. Da lag auch ein T-Shirt von mir. Zeige ich euch beim nächsten Mal. Okay? Kam ja auch von dem Fanclub die, die Aktion. Jo. Damit. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.